Und ich versuch doch glatt noch ne Runde mitzuzocken hier und ich weiß es nicht, ob wir es schaffen, aber ich bin schon wieder im... ...Visier. Im Visier bin ich schon wieder. Okay, jawoll. Müssen wir halt mal gucken hier. Jawoll, da ist wieder einer. Und... Oh, sag mal, ist denn der so schnell? Ich hab da aber Dalf gehalten. Na gut, aber 68% immerhin hab ich ne bissl erwischt gehabt. Die Bonnama läuft, okay. So. Müssen wir mal gucken hier. Zack, jawoll. Und... Oh, verdammt, oder? Ich hab die nicht erwischt mit meiner Granate. Das ist aber echt blöd. Ist ja blöd, oder? Ist ja dumm gelaufen, sag ich mal so, oder? Boing. Los, übernehm den doch mal. Ach, warte, ja. Die Runde gehört uns. Übernahme läuft. Jawoll, Übernahme läuft. Perfekt. Okay. Aua, ich weiß, ich hab' da beschossen hier von irgendwas. Aua, aua, aua. Wohin soll ich denn? Ich weiß nicht, wo wir denn? Ich geh mal da drauf. Ach Gott, ey, ich weiß es nicht. Wir verlieren gleich den letzten Droiden. Unternehmt irgendwas! Ich bin ja dabei, Mann, hier. Guck mal, wie wir mal dabei sind, hier. Wo sind sie denn alle jetzt? Da oben ist jemand. Ganz toll, oder? Wie ist er rumflattert mit seinem... ...Geweih? Mit seinem Flug-Ding. Meine Güte, nur noch einen Droiden. Los, komm, 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 komm. Schaff ich das hier? Ohne, dass ich mal abgeknallt wär. Was ist denn jetzt? Oh, scheiße! Da war aber jetzt nicht so gut, ne? Aber der Wille war ja da, ne, Saraschmeister? Aber der Wille war da. Von der Übernahme, mein ich. Wo hat der jetzt schon wieder den erwischt? Mensch, warte mal, den müssen wir übernehmen hier. Komm her, los. Komm her, los! Okay, dann haben wir. Perfekt. Okay. Perfekt. Uh, wo bin ich jetzt abgestürzt hier? Meine Güte, ey. Ich seh aber gar keine Gegner. Ach, doch, da unten war ja jemand. Feind erfasst mich. Oh, 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 oh Ich bin nur am zusammenreißen hier. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch zusammenreißen soll, alles. Hier, wo noch mal läuft. Jawohl. Ich laufe hier auch mal im Kreis. Davon, da ist doch jemand. Okay, da ist auch noch jemand. Jawohl. Perfekt. Oh, den habe ich aber auch erwischt, oder? Ja, der war jetzt ja gut. Jetzt habe ich endlich mal den Heavy erwischt. Mensch, der hat mich nämlich die ganze Zeit immer zu platt gemacht, ey. Und da ist doch jemand hier. Scheiße. Da war jetzt nichts, oder? Meine Kugel war jetzt nichts gewesen hier. Da hinten ist er doch irgendwo. Der Heavy ist da, bin ich jetzt verteilen. Ist denn jetzt... Oh, da bist du ja scheiße, oder? Ist ja echt der Heavy. Macht mich doch ganz Heavy, ey. Happy macht mich Happy. Komm her, du. Happy Boy. Bist du das jetzt, oder was? Scheiße, oder? Da war er doch wieder gewesen. Er hat es auf mich abgesehen, ey. So, guck mal hin, ey. Das ist ja jetzt gar nichts hier, ey. Geht ja alles in die... ...brüche hier mit unseren Doiden, ey. Übernehmen, übernehmen. Alle übernehmen hier, Leute. Komm, 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 komm. Zack. Okay. Oh, hier. Och, du meine Güte. So schnell kannst du gar nicht reagieren hier, Leute. Kommen sie alle... Kommen sie alle auf... ...einen Schlag angerückt, ey. Ja, wir haben hier noch dabei, Mann. Von der Weih, Mann, ne? Hab ich es gesehen, irgendwo. Oh, verdammt, ey. Svenja... ...garnöhl oder... ...girl oder irgendwas. Psst, bleib hier. Mein Kader will wieder raus, aber... ...das wird nichts. Das wird nichts. Ich muss halt noch arbeiten. Da muss er drin bleiben jetzt. Das nützt ja nichts, ne? Gucken wir noch so die Ladung in hier, Mensch. Müssen wir hier lang gehen? Müssen wir nochmal da lang gehen, ne, oder? Oh, verdammt, oder? Hat dieses blöde Ding da unten mich noch abgeknallt? Scheiße, ey. Scheiße, ey. Von der Flieger schon rum, ey. Wo sind denn jetzt hin, der Zipfel? Ich hab das gesehen, irgendwo. Scheiße. Oben der. Scheiße, ich bin ja mitten im... ...im Schutzfeld, ja, glaub ich, ja. Ja. Das ist ja dumm gelaufen, sag ich mal so, ne? Dumm gelaufen. Ich muss mal hier so einen Droiden irgendwie mal übernehmen, oder so. Sie haben nur noch einen Droiden. Nicht nachlassen jetzt. Nein, ich versuch's doch schon. Bin ja immer am Versuchen hier, Leute. Ach, hier ist dieser Anfall, äh, dieser Dom hier, ne? Ja, wir sind ja noch dabei, Mann. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Okay, okay, okay. Ich schlafe nochmal zu. Wir können es uns nicht leisten. Oh, nee, oder? Ist wieder so ein Teil hier. Immer diese Anderjährungsbombe, ey. Immer diese Anderjährungsversuche hier, oder? Das geht doch gar nicht, ey. Na, das wird ja wohl gar nichts werden hier mit uns, hä? Mit diesen... ...mit diesen, äh, Dingen. Schlag zurück! Oh, ich hab da wegen schon drei Abschüsse, Mensch. Das hätt ich ja gar nicht, äh, zwei, gar nicht jetzt gedacht hier, Leute. Hätt ich jetzt gar nicht gedacht hier. Hmm, verdammt, oder? Alles klar. Noch ein Droide und wir können uns nicht mehr finden. Oh, wen haben wir denn hier? Ja, sagen wir, Leute. Oh, scheiße, oder? Wollt ihr gerade übernehmen, die Lady, ne? Aber ich hab's leider vergeigt, ey. Leider vergeigt, Mann. Ich muss auch mal so ein Springding hier mir zulegen, ey. Das ist voll cool, ey. Ich spring manchmal durch die Lüfte, die Leute. Das gibt's gar nicht, ey. Au, 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 au. Ich reiß mich doch zusammen, Mann. Und ich möchte zusammenreißen hier, Mann. Ich bin nur am zusammenreißen. Ich bin so ganz zerrissen, ey. Vor der Reisen. Nur am reißen bist du hier, ey. Scheiße, oder? Scheiße, Mann, da wird der Granate, oder? Scheiße, ich muss mal hier kurz wegen meiner Energie danken, hier. Komm, 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 komm. Oh, nee, oder? Ich wollte gerade meine Energie danken, ey, Mann. Scheiße, oder? Ich bin ja wieder voll in die Hose, ey. Also hier muss ich echt noch mal ein wenig mehr zocken, dass ich hier mal Punkte noch kriege. Dass ich echt auch noch eine Waffe mal mir zulege, ey. Das ist ja irgendwie hier gar nichts. Also ist schon schön, aber... ...irgendwie auch wieder nichts, ne? Scheiße, oder? Jetzt habe ich natürlich nicht abgemischt. Ah, Niederlage, schade, Leute. Tut mir leid, aber... ...jetzt wird ich ja irgendwann mal entlappen, ne? Aber immerhin drei Abschieße habe ich gestartet. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.